hallo 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 halli hallo das gehört nicht mir das gehört meiner lady ein q-wheel mit fernsteuerung oder wie gesagt nahe steuerung weil es keine große funkreichreichweite sondern ich mach das wirklich zum ersten mal zur belustigung versuch es doch erstmal ohne draufzustehen und jetzt kann man Achtung das ist ganz schön power das teil ja ganz langsam übrigens immer mit schutzkleidung fahren aber ganz eng kochen kann man nicht ne ich glaube das muss man üben das reicht stop ende tschüss